...wunderbare Poesie vorgestellt hat und ich möchte einen ganz warmen, herzlichen, freundlichen Begrüßungsapplaus für meine geliebte Viola. Das tut mir so leid für euch. Gebt mir einen Amen! Amen! Damit das Ganze ein bisschen besser voranschreitet, möchte ich jetzt, warte Sekunde, 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 ja, weil auch Trommeln hat auch etwas mit, natürlich mit Sexualität und mit, ja, Amen. Project Earth und darüber jetzt gleich mehr. Ja, wir haben halt die Beziehung zwischen Molekülen und Erfahrungsveränderung und Erfahrungsveränderung, die man macht als Musiker, wenn man einmal anders stimmt. Also, Hans, kommst du im Akademie-Zelt? Ja, danke. Weil sie die Naturzyklen aus den Augen und vor allem aus der Schwingung verlieren und demzufolge ist doch die Resonanz nach zum Beispiel planetaren Schwingungsprinzipien oder molekularen Strukturen ein guter Anker, um wieder zurückzufinden. Doch, das war es wichtig. Was, was, was arme dieser Säge? Und ich bin so ein, was, was ich nicht überlebt. Untertitelung, in die Welt ist ja die Bestandemie mit handlers zu helfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020